Bei uns gibt es Wein schon seit Generationen. Wir sind hier am Winzerhof Küssler in Stilfried Grub. Das ist der älteste Weinort Österreichs. Wir bieten den Gästen neben den Weinkosten auch gleich direkt im Weinfoss zu schlafen. Es ist einfach etwas Besonderes, was nicht jeder hat. Besonders genießen bei uns in der Gegend kann man ruhige Spaziergänge in den Weingärten rund um den Ort verstreut. Man kann sich auch gemütlich mit dem Garten setzen hier am Winzerhof und die eine oder andere Flasche Wein genießen. Besonders für Verliebte haben wir jetzt ein spezielles Programm zusammengestellt. So eine Art Candlelight Dinner, aber halt auch weinfittlerisch. Unsere Weine sind sehr fruchtig und trocken ausgebaut und schmecken nicht nur unseren Gästen, sondern wurden auch bereits mehrmals ausgezeichnet. Wir würden uns freuen, euch bei uns am Winzerhof begrüßen zu dürfen. Wenn ihr mal entspannen wollt, ein Glas Wein genießen und danach eine außergewöhnliche Übernachtung im Weinfoss verbringen möchtet, dann seid ihr bei uns genau so ein bisschen.